Seit Samstag dürfen die Lokale in Österreich wieder bis 24 Uhr geöffnet haben. Das wurde in Martin Hohs Hidden Club wild gefeiert. Sein Club darf geöffnet sein, da er ihn von einem Nachtlokal kurzerhand zu einem Hidden Dinner Club umfunktioniert hat. Sprich, Gäste müssen einen zugewiesenen Sitzplatz haben und beim Verlassen des Tisches eine FFP2-Maske tragen. Doch davon ist auf den Videos, die OE24 zugespielt worden sind, nichts zu sehen. Je später die Stunde und je näher die neue Sperrstunde von 24 Uhr rückte, desto hemmungsloser wurde auch gefeiert. Fast keiner der Gäste konnte sich dann noch sitzend auf den Stühlen halten. Die Beats der Live-DJs verleiteten viele Gäste dazu, sich im Rhythmus der Musik zu bewegen und zwar ohne Maske. Manche konnten sich kaum noch halten und verlegten ihre Tanzeinlage kurzerhand auf Tische und Stühle. Immerhin, pünktlich um 24 Uhr war die Party dann auch im Ho-Club vorschriftsmäßig vorbei. Die Gäste wurden hinausgebeten und verließen den Club rasch. Auf Österreich-Nachfrage wollte sich der Club nicht zu der Causa äußern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017